So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir sind weiter auf dem Weg zu Level 50. Ich habe jetzt Level 49 erreicht und mein Akku ist gleich leer. Diese Folge, ich weiß noch gar nicht, wann ich es rausbringe. Ich denke mal am Sonntag. Jetzt ist es Samstag Nacht. Ich habe vorhin kurz noch was getradet, bin jetzt Level 49 geworden. Am Sonntag gibt es ja Rates für Zuschauer, aber halt nicht für normale Zuschauer, sondern Rates für Mitglieder. Wenn ihr das in dem Ausbeute-Video und dem Meinungs- und Fazit-Video zum Kandotag, wenn ihr da ganz zugehört habt bis zum Schluss, wisst ihr ja warum und was und wie. Diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, wundern sich dann natürlich, hä, Samstag war gar kein Stream? Stream, Sonntag, war doch auch kein Stream, ich glaube der Ramses ist tot. Aber Samstag, hatte ich ja schon gesagt, mache ich nichts, weil ich da einfach nur zock und den Tag genießen will. Habe dafür abends noch ein Video rausgehauen. Mit der Ausbeute, mit der Meinung dazu, mit dem Ablauf, wie das alles so war, wie mir das gefallen hat. Da habt ihr ja was geboten bekommen. Sonntag 11 bis 16, trotzdem, was dann ja heute war wahrscheinlich, habt ihr einen Mewtwo-Stream bekommen. Mewtwo-Rates, Shiny Mewtwo-Rates für Mitglieder. Einfach nur, um diese fremden Leute da mal rauszuhalten, weil die sonst alle den Kanal überrennen. Und ich den Leuten, die sowieso schon die ganze Zeit Mitglieder waren, einfach mal was zurückgeben wollte. Und wir in einem kleinen Kreis zusammen dann die Mewtwo-Rates gemacht haben. Und für die, die da nicht dabei sein konnten, haue ich halt das Video jetzt noch raus am Sonntag, dass die trotzdem noch was zu gucken haben. So sieht das also hier erstmal aus, wenn ihr Level 49 erreicht habt. Da steht hier nämlich dann Level 49. Ich habe auch beim Mewtwo, also beim Kando-Tag, richtig zugeschlagen, denn ich bin jetzt bei 377.664.000. Ich habe, ich weiß gar nicht mit wie viel ich gestartet bin, aber ihr habt ja gesehen, ich habe ja fast 70 Mewtwo-Rates gemacht noch an dem Tag. Jetzt haben wir natürlich für Level 50 die nächsten Voraussetzungen. Lande 999 fabelhafte Würfe. Fange ein legendäres Pokémon in deinen nächsten 5 Begegnungen mit legendären Pokémon. Das klingt total komisch. Fange 1 in die nächsten 5. Das klingt wie, ihr müsst 5 Raids machen. Und in diesen 5 Raids müsst ihr mindestens 1 fangen. Hier ist aber ein Fortschritt, das heißt, ihr müsst ja eigentlich 5 Raids machen, 5 legendäre Raids und 5 mal fangen. Würde ich so gar nicht, also keine Ahnung. Das haben sie auf jeden Fall wieder sehr schön beschrieben. Besiege 3 mal einen Team-Go-Rocket-Boss nur mit Pokémon mit 2500 WP oder weniger. Da sehe ich schon ein Problem, weil mein eingefleischtes Team mit Despodark, Jogre und auch Regiroc sind natürlich alle über 2500. Wenn ihr jetzt natürlich viele nehmen auch Riolu, also Lucario, die Entwicklung, lockern dann mir die Schilde raus. Der kommt ja gar nicht so hoch. Dürfte jetzt, wenn man da ein 2500er hat, dürfte das auf jeden Fall eine gute Wahl sein und dann halt noch ein paar Alternativen. Das Problem ist, dass ich meistens immer nur Level 35er Pokémon behalte oder Level 40er und alles andere wegschmeiß. Sonst könnte man bestimmt als Kyogre-Alternative vielleicht einen Kingler nehmen. Aber das kommt ja auch schon wieder auf 2800 oder irgendwas. Also da muss ich mal gucken, wie das wird. Und erreiche Rang 10 in der Go-Kampf-Liga. Rang 10 klingt brutal, aber mittlerweile gibt es ja wie gesagt 24 Ränge, deswegen ist Rang 10 eigentlich auch gar nichts. Und das ist was, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube für Level 50 hätten sie ruhig machen können. Erreiche Rang 24 in der Go-Kampf-Liga. Denn dann wären 1% aller Level 50 Spieler, die jetzt Level 50 sind, nur Level 50 und der Rest eben nicht. Und dann würde ich wahrscheinlich nie Level 50 werden. Aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo man sagen muss, das ist eine richtig schwere Aufgabe. Ansonsten, ja gut, müsste man trotzdem sagen, dass die Level 50er Aufgaben bisher vielleicht am schwersten sind. Auch 999 fabelhafte Würfe, also manche haben noch nie fabelhaft getroffen. Und dann müsst ihr gleich 999, ich meine, hätte da gestanden lande 50 fabelhafte Würfe, damit es zu Level 50 passt. Okay, 999 ist schon an sich eine krasse Zahl. Warum diese Zahl, ich weiß es nicht. Und wer halt nicht GBL kämpft, der hat an Rang 10 vielleicht trotzdem ein bisschen was zu knabbern. Aber mit ein paar guten Pokémon sollte Rang 10 eigentlich gut machbar sein. Ich habe die ganze Zeit nicht gezockt. Ich bin jetzt glaube ich Rang 9 oder irgendwas. Können wir uns mal kurz anschauen. Ah, die klettert da hinten hoch. Ihr seht, im letzten Cup war ich auf Rang 10. Momentan bin ich Rang 9, obwohl ich gerade mal 99 Kämpfe gemacht habe. Und das ist wirklich nichts. Andere haben 1000 in einer Season. Ich habe 99 in einer Season und habe ewig nichts gemacht. Da verstehe ich aber trotzdem nicht, ich brauche theoretisch nur noch einen Rang, dann bin ich 10. Aber hier ist es doch auch so komisch angezeichnet, dass man denkt, das sind einzelne Schritte. Ne, da steht einfach nur 0 und dann ist es hinten wahrscheinlich einfach fertig. Naja, das ist ein ganzer Strich. Egal. Wie ich jetzt Level 49 geworden bin, möchte ich euch aber mal zeigen, kurz. Denn da gab es ja auch die Aufgabe mit 50 Glücks-Pokémon bekommen. Ja. 50 Glücks-Pokémon bekommen, das heißt wir haben fleißig getauscht. Und ich habe da immer ein paar Tauschpartner gehabt. Wir haben auch im Stream ein bisschen was getauscht. Ich habe Offscreen ein bisschen was getauscht. Und ich möchte euch jetzt die 50 Pokémon zeigen, die mir zu Level 49 verholfen haben. Steht auch immer dran, von wem das war. Hier zum Beispiel von Jojo gab es ein Somnium. Wie man sieht, recht gute IV. Ich glaube, alle Trades, die ihr hier seht, sind natürlich auch mit besten Freunden gemacht. Also Glücks-Trades, garantierte Glücks-Trades ja sowieso. Die gehen ja nur, wenn ihr Best Friend seid und dann eben zum Glücksfreund werdet. Wenn ihr jetzt mit anderen Leuten tauscht, die Level 1 oder 2 erst sind in der Freundschaftsstufe, habt ihr theoretisch auch geringere IV, die bei rauskommen. Habe ich jetzt gelernt. Und wenn ihr Level 4 Freunde seid, dann ist die Chance auf bessere IV auch von Grund auf an sich höher. Jetzt haben wir also hier vom Jojo ein Somnium, ein zweites Somnium, sogar besser als das erste. Ein Libiskus, da seht ihr auch, wann das alles ungefähr war. Es war nämlich erst das Valentins-Event, da sind die noch her. Die sind eigentlich alle relativ hoch. Dann hier Garados, da muss ich auch sagen, Jojo war so ein richtiger Experte. Ich sage, komm, wir tauschen einfach nur so ein paar Trash-Pokémon hin und her. Und Jojo einfach so, Garados, Garados, Relaxo, Despota. Der hat einfach alles rausgeschmissen hin und her. Aber nicht alles ist was geworden. Aber trotzdem hier so ein 149. Wenn ich das hochziehe auf 2,5, vielleicht könnte ich damit ja die Aufgabe machen von den... Ich glaube, ich habe es schon weggeschmissen. Deswegen wird das ja auch nichts, weil ich alles wegschmeiß einfach. Oder hier ein Galaponita, auch von Jojo. Hier ein kostümiertes Gengar, auch von Jojo. Ein Vingul, ein Noctu, ein Schmerbe. So ein schöner Surströming, ne? Wer kennt's? Dann Onyx. Dann sind wir hier beim Coke. Coke, Grüße gehen raus nach Celamelis. Ein 96er Terrakium. Das gab es aber aus einem garantierten Glückstausch. Was geht mit dem Hintergrund? Guck mal, wie schlimm der Hintergrund hier aussieht. Und dann hier, wie chillig das einfach wirkt. Je größer das Pokémon ist, desto besser wirkt das. Aber sowas sieht halt einfach wirklich richtig hässlich aus, finde ich. Das ist so grell, aber ihr kennt ja meine Meinung dazu. Das ist eigentlich eine coole Socke. Könnte ich sogar mal hochziehen. Ich habe bisher noch keinen Terrakium hochgezogen. Ich bin auf der Suche nach einem Hunder da. Ebenfalls vom Coke hier auch relativ gute EV. Ein Evoli hinterher. Hier noch ein Chalellos. Ein Seemops. Ich muss immer lesen, was das für Zeug ist. Ein Fünx. Fünx darf man ja nicht sagen. Fünx. 98er Pummelduff noch mitgenommen. Pico-Chiller. Das ist alles für die Tonne. Der, der da ist, hat uns auch ein paar. Der hat nämlich hier Petsniv und Libiskus und Pupanse und Chaneira. Barschwar. Libiskus. Rotomurf. Trassler. Dann hatten wir die Trade-Sation mit Julchen. Wer die gesehen hat, da war ja dieses Karnevals-Event. Da haben wir drei Stunden Rauch gezündet und anschließend eine Stunde im selben Stream noch getradet. Das heißt, die Sachen von Julchen sind auch hier drin. Deswegen habt ihr hier so ein Wolbeat. Ein Shiggy. Ich will mal oben vorlesen Julchen, aber so heißen ja nicht die Pokémon. Dann habt ihr hier Pipi. Somnium. Panzeräron. Somnium. Sogar 98er. Macht mal nix mit. Shiggy nochmal. Auch 98er. Wenn ich das nehme und entwickle, vielleicht kann ich das für Team Rocket nehmen. Ich glaube, das habe ich auch schon weggeschmissen. Und wenn nicht, vielleicht bei dem Level kommt das sowieso auf... Ne, ich glaube, ich glaube, selbst ein Level 40, ja. Toto kommt, glaube ich, gerade mal auf 2, 3, 2, 4 irgendwas. Ja, dann wäre das ja sowieso viel zu schlecht. Also vergesst das einfach. Dann wieder Jojo. Ähm, 96er Zirpurze. Hier noch ein Riolu von Jojo. Ein Pupanz. Ein Austaus. Sogar ein 100%iges geworden. Hm. Das habe ich, glaube ich, behalten. Jetzt habe ich schon... Jetzt klang ich wie Schilling, oder? Hm. Das könnte ich trotzdem. Ich glaube, das habe ich aber noch. Weil das fand ich cool. Das ist... Erstens ist es ein Kando-Pokémon. Sowieso beste Generation. Dann 100% durch den Glückstausch. Nostalgie-Faktor. Fett und groß. Verdeckt den Hintergrund. Das vielleicht mal probieren. Gegen Team Go Rocket mit Eis- oder Wasserattacken. Einfach mal schauen, wie das wird. Ähm, Metagross. 96er. Habe ich, glaube ich, weggeschmissen. Das hätte ich nehmen können vielleicht. Ist auch günstiger zum Hochziehen. Aber ich habe immer alles weggeworfen. Dann haben wir hier noch ein 96er. Aber ein Schanera. Äh, Tyrakrok. Auch vom Jojo. Dann. Jetzt wird es ganz wild. Ich habe heute nach dem Kando-Tag, also gestern nach dem Kando-Tag, wenn ihr das seht, noch 5 Lucky Trades frei gehabt, die ich machen musste. Also ich musste noch 5 Lucky Trades irgendwie hinkriegen. Jetzt hatte ich fix den Hannes angeschrieben. Der war gerade nicht vertreten. Ich stand ultra unter Zeitdruck. Dann habe ich gedacht, okay, du schreibst einen Jojo an. Der hat innerhalb von 5 Sekunden nicht zurückgeschrieben. Also habe ich geistesgegenwärtig einfach das andere Handy genommen. Habe mir irgendeinen Account rausgesucht und habe mit dem IvarMild-Account getauscht. Weil IvarMild ist der zweite Account, den ich je angefangen habe. Dementsprechend müsste der natürlich richtig alte Pokémon haben. Und mit dem habe ich damals auch Hunderter gejagt. Wo ich noch mit dem Auto tief in den Wald gefahren bin. Nachts durch irgendwelche Gassen geschlichen bin. Löcher gebuddelt habe und habe mich in der Kanalisation rumverkrochen für hundertprozentige Pokémon. Und ich sehe die Daten immer. 19.11.2017. Ist also schon 3 Jahre her. 4, 3, 3,5. 3, 1 Viertel, keine Ahnung. Und alle hundertprozentigen, die ich damals geholt habe, habe ich immer auf dem Großen und auf dem Kleinen geholt. Weil ich noch dachte, vielleicht kann man die sich ja mal irgendwann rübertauschen. Was man da noch nicht wusste, ist, dass die IVs sich neu würfeln. Deswegen, selbst Evoli. Ich habe 20.000 Evoli gesammelt, alle als Hunderter. Und dann waren sie alle nutzlos und ich hatte nur eins. Auf jeden Fall habe ich mir ein Hunderter Ariadus getauscht. Und ihr seht, das ist ein 96er geworden danach. Ein Hunderter Indikoro. Das ist natürlich auch schlechter geworden. Für alle Leute, die immer sagen, ich habe ein Hunderter Relaxo, möchte das jemand tauschen. Es würfelt sich eh neu und ihr seht, das ist, es kann sein, dass ein Hunderter nach dem Tausch wieder ein Hunderter wird. Aber das ist ja das Ding. Es kann wieder ein Hunderter werden, aber es bleibt kein Hunderter. Es wird trotzdem neu gewürfelt und muss den Wert wieder erreichen. Schwalbos noch rüber, war auch ein Hunderter. Maske Regen war auch ein Hunderter. Geowatz war auch ein Hunderter. Ist auch schlechter geworden, genau. Dann habe ich am Kando Tag, musste ich ja sowieso, man musste drei Trades machen, habe ich mit Pupsi irgendwas getauscht. Und zufällig ist das eine King Lucky geworden. Das habe ich deswegen ja auch noch dran. Pupsi, ja, sieht gut aus. Und dann habe ich gemerkt, ich habe irgendwie ein paar Sachen schon gelöscht, aber habe noch vier Screens gebraucht. Jetzt habe ich die vier Lucky Trades, die vor diesen 50 waren, mit reingenommen. Das war einmal hier von Tiva Tiso mit einem 96er Praktibalk. Das ist an sich nützlich, aber klein und hässlich, deswegen müsst ihr das entwickeln, dass das den Bildschirm überdeckt. Dann ein 98er Lucky Mewtwo, mit Pupsi getradet noch. Dann ein 98er Terrakium vom Thomas. Thomas! Da ist wieder das Problem, ich störe die 14 Angriffe. Also ich möchte, ich glaube, ich würde sogar lieber dann das 96er von vorhin entwickeln, was 15 Angriff hat, aber zwei Punkte fehlen, als das, wo ein Punkt fehlt. Obwohl das an sich besser ist, aber mir das andere besser gefällt. War aber auch vom Thomas, also Terrakium in Gera. Das müsste das letzte, glaube ich, sein. Auch ein 96er von Burkhard. Also Burkhard 88 könnte sich jetzt umbenennen in Burkhard 96, dann würde das auch wieder passen. 96er Giratina. Habe ich ein 98er gemaxed. Ein 100er fehlt mir noch, deswegen habe ich da ein paar getradet. 96er könnte man aber natürlich auch hoch pushen. Ist ja auch ein richtig guter Geistangreifer und so weiter. Das war jetzt das letzte Pokémon. Ich sehe das auch hier in der Übersicht nochmal. Habe ich mir alle hier schön gespeichert, ne? Richtig gute Sache. Ich lasse das mal so drauf. Würde sagen, das war der Levelaufstieg zu Level 49. Ich wusste nicht, was ich euch sonst zeigen soll. Es ist halt durch Corona, durch alles, durch hin und her. Aber für die Rocketbosse würde ich wirklich schauen, dass ich ein Video mache, wie ich vielleicht ein Team habe und vor Ort draußen mit Cam einfach mit einem schwächeren Team die Rocketbosse besiege. Joa, ansonsten war es das von meiner Seite aus. Für die 999 einfach fabelhaften Curveball-Würfe. Die müssen ja nicht curved sein, oder? Nur einzigartig. Können wir vielleicht auch mal wieder in einem Stream machen. Eine Stunde einfach fabelhafter Stream. Vielleicht eine Meltan-Box zünden. Die Meltan ist doof zu werfen. Kann man ja auch in der Spotlight-Stunde. Dienstag, Spotlight-Stunde mit Pikachu. Wird gleich angefangen. Deswegen gut, dass ich das am Sonntag hochlade. Kann ich am Dienstag in der Spotlight-Stunde. Pikachu ist eh doof. Wenn es keinen Hut kriegt, ist das nicht wichtig. Da muss ich nicht rumfarmen. Da könnten wir uns die Zeit nehmen und könnten einfach mal ein paar einfach fabelhafte Würfe probieren. Auf Pikachu in der Spotlight-Stunde. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wo geht es hier leiser? Da.